Mehr als 30 Millionen Menschen nutzen in Deutschland Meilen- und Kundenbindungsprogramme. Also einfach mal Flugmeilen sammeln, aber wie nutzt man das dann effektiv? Dafür habe ich mir den Reisemeilen- und Upgrade-Guru hergeholt. Ulf, Gunnar, Switalski, schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Sie selbst reisen ja sehr gerne. Sie haben da tolle Erfahrungen gemacht, von denen Sie auch immer wieder in Ihrem Buch berichten. Umsonst in den Urlaub heißt das Buch. Wie sind Sie überhaupt Upgrade-Guru geworden? Ich beschäftige mich mit Punkte- und Meilen-Sammeln schon weit mehr als 30 Jahren. Und das hat angefangen, ich habe damals in West-Berlin gewohnt und ich mochte immer nicht so gerne durch die DDR fahren, durch die Alte. Und da bin ich meist geflogen. Und dann bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Meilenprogramm von der Penem, bin da Mitglied geworden und habe mich einfach in dieses Punkte-Sammeln verliebt. Und dann hatte ich meine ersten großen Prämien zusammen. Und seitdem weiß ich einfach, dass sich das für jeden auch wirklich lohnt. Was sind denn Ihre größten Upgrade-Erlebnisse und Erfahrungen, die Sie da gemacht haben? Definitiv waren das vier Tage in New York, wo ich damals mit der Concorde, mit British Airways geflogen bin. Concorde, nicht jeder kennt das noch, aber das war ein Überschallflugzeug. Dreieinhalb Stunden von Europa in die USA. Und das war schon fantastisch. So ein Flug hat damals, glaube ich, 10.000 oder 12.000 Mark gekostet. Und dann habe ich damals auch schön geschlafen im Wald auf Astoria, was man ja auch nicht mehr machen kann. Und das, finde ich, auch ist eine der schönen Sachen, dass man sich über dieses Punkte- und Meilen-Sammeln Träume und Wünsche erfüllen kann, die man sich vielleicht sonst nicht leisten kann. Sie sagen ja zum Beispiel auch, dass jeder Deutsche einmal im Jahr Business Class fliegen kann, wenn man Eco bucht. Wo ist da der Haken? In der Tat, das Gute ist, es gibt keinen Haken, denn diese Systematik und das System funktioniert. Das geht wirklich komplett über Meilen. Und ich sage, über das normale Einkaufsverhalten und ein bisschen Optimieren des Zahlungsverhaltens kann jeder in Deutschland ungefähr 55.000 Punkte oder Meilen zusammenbekommen, ohne mehr Geld auszugeben und vor allem ohne Sachen zu kaufen, die man überhaupt nicht braucht. Und diese 55.000 Meilen, die reichen für einen Business Class Flug mit der Lufthansa oder mit Austrian Airlines zu den Meilenschnäppchen in die USA. Und das hat normalerweise so einen Wert zwischen 2.500 und 3.000 Euro, je nachdem, zu welcher Saison man gerade fliegt. Aber muss ich nicht dafür wahnsinnig viel fliegen und unterwegs sein? Nee, das ist ja das Schöne. Als ich damals angefangen habe, also 30 Jahre zurück, da konnte man wirklich noch in der Luft Meilen sammeln. Das heißt, man hat auf alle Tarife vernünftige Meilen bekommen, weil das war entfernungsbasiert. Mittlerweile, seit einigen Jahren, ist das umsatzbasiert. Das heißt, wenn man zum Beispiel diese Strecke fliegt, das machen Sie ja öfter, Berlin, Frankfurt, und günstig fliegt, wir alle wollen ja ein bisschen Geld sparen, dann kriegt man für so einen Flug gerade nochmal 28 oder 56 Meilen. Okay, da sagt natürlich jeder, schaffe ich nie. 55.000 Meilen, sagt er, und 28 bekomme ich für einen Flug. Funktioniert nicht. Hat man auch recht. Aber heutzutage ist es viel, viel einfacher, Meilen am Boden zu sammeln als in der Luft. Welche Profitipps haben Sie denn vielleicht für Anfänger, die jetzt da sitzen und sagen, ich würde gerne anfangen, aber ich weiß gar nicht genau, wie? Das ist auch ganz einfach. Also in Deutschland haben wir zwei wichtige Programme. Erstmal, das ist Payback und das ist Miles & More. Das Wichtige ist, man braucht eine Payback-Karte, man braucht eine Miles & More-Karte. Was viele nicht wissen, man kann jeden einzelnen Payback-Punkt im Verhältnis 1 zu 1 in den Miles & More-Meile umwandeln. Denn so sammelt man ganz normal in seinem Einkaufsverhalten, wenn man also Lebensmittel kauft in der Woche, immer viele, viele Punkte für sein Meilenkonto. Das nächstwichtigste und das ist das, wo viele Leute ein bisschen Schwierigkeiten haben am Anfang, ist das Umstellen des Einkaufsverhaltens und des Zahlungsverhaltens. Einkaufsverhalten ist wichtig, Shopping zu bündeln. Das heißt, nicht jeden Tag kleine Einkäufe zu machen, sondern möglichst einmal oder zweimal in der Woche ein bisschen größere Einkäufe zu machen und dann meilenfähig zahlen. Das heißt, möglichst das Bargeld in der Tasche lassen und immer, wenn es geht, mit einer meilenfähigen Kreditkarte zahlen. Warum lassen denn eigentlich dann so viele Leute die Meilen und Punkte links liegen? Weil sie alle denken, ich schaffe das sowieso nicht. Das ist ja auch. Wenn man erstmal diese Assoziation hat, 26 Meilen oder 28 Meilen und 55.000 brauche ich, dann ist das ein Riesenberg. Also da hat man ja gar keine Lust mehr, aber man glaubt nicht an den Erfolg. Wichtig ist, dass man diese einfachen Tipps befolgt, die ich zum Beispiel jede Woche in meinem Blog UpgradeGuru.de gebe und in meinem Newsletter. Und dann merkt man auch ganz schnell, wie schnell man vorankommt und dann findet man auch Freude daran. Was kann dann da jeder für sich selbst rausholen? Also lohnt sich das wirklich für jeden? Definitiv lohnt sich das, weil man macht das nebenbei. Man muss da nicht viel beachten und man muss auch keine Sachen kaufen, die man nicht braucht. Sondern man kauft einfach weiter ein und ganz nebenbei wächst das Meilenkonto an. Und was man damit macht, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Man kann sich zum Beispiel seine Punkte und Meilen ja auch auszahlen lassen. Payback-Punkte sind einen Cent wert, wenn man sie sich auszahlen lässt. Das heißt, ganz nebenbei kann man auch einfach mal 550 Euro im Jahr als kleines Taschengeld sich dazu verdienen. Oder man tauscht sie in Meilen um und wenn man zum Beispiel kurzfristig buchen muss, also man muss zum Beispiel kurzfristig ins Ausland und möchte dann Business oder First Class zum Beispiel nach New York fliegen, dann kostet so ein Flug ja leicht 7.000 Euro. Und dann ist auch plötzlich so eine Meile nicht mehr 1 Cent wert, sondern bis zu 9 Cent. Und ich finde, das lohnt sich. Das klingt gut. Also wieder einiges dazugelernt. Und liebe Zuschauer, wenn Sie noch was dazu lernen wollen, schauen Sie natürlich auf den Blog. Aber Sie können auch dieses Buch gewinnen, umsonst in den Urlaub. Wir werden das in den nächsten Tagen auf unserem Instagram-Kanal verlosen. Schauen Sie da rein. Ulf Gunnar Switalski, vielen Dank. Sie werden das auch gleich noch signieren. Und danke Ihnen fürs Zuschauen und fürs Interesse.